Eugen Adolf Riecklin, 4. September 1935, Danne Marie, war Arzt und Mitglied des Deutschen Reichstags sowie Präsident der Zweiten Kammer des Landtags, des Reichslandes Elsass-Lothringen, Ausbildung und Beruf. Riecklin war der Sohn eines Hoteliers und besuchte von 1872 bis 1883 Dekasekunden Lüsebelfort, das Realgymnasium Altkirch und die Gymnasien in Kolmar und Regensburg. 1883 bis 1888 studierte er Medizin an der Universitäten Freiburg, München und erlangen und schloss das Studium mit der Promotion zum Doktor mit Ab seinen Dienst als einjährig Freiwilliger beendete er im Dienstrang eines Oberarztes der Landwehr. Ab 1889 war er praktischer Arzt in Damerkirch und später in Karsbach-Sonnenberg mit dem Titel Sanitätsrat und Kantonalsarzt. Politik und Erster Weltkrieg Mit 29 Jahren wurde er 1891 Stadtrat in Damerkirch und 1896 Bürgermeister. 1902 wurde er wiedergewählt, aber von der kaiserlichen Regierung unter dem Vorwurf der Majestätsbeleidigung nicht bestätigt. Er blieb aber bis 1908 Ratsmitglied. Er war auch von 1896 bis 1918 Mitglied des oberelsässischen Bezirkstages. 1906 wurde seine Bezirkstagswahl wegen Wahlbeeinflussung durch den katholischen Klerus für ungültig erklärt. Bei der Neuwahl Anfang 1907 wurde seine Wahl bestätigt. Am 15. Januar 1917 wurde er zum Präsidenten des Bezirkstags gewählt. Ab 1900 war er Mitglied des Landesausschusses für Elsass-Lothringen und ab 1911 für den Wahlkreis Altkirch-Sammerkirch Mitglied der 2. Kammer des Elsass-Lothringischen Landtags. Am 6. Dezember 1911 wurde er mit 54 von 57 Stimmen zum Präsidenten der Kammer gewählt. Weil er so stark für die die Autonomie des Elsass-Eintrat und sogar den Roten Adlerorden ablehnte, erhielt er den Beinamen Löwe vom Sundgau. Von 1903 bis 1918 war er auch Mitglied des Deutschen Reichstags für den Wahlkreis Reichsland Elsass-Lothringen-Einsaltkirch-Tann. 1913 und 1914 nahm er an den Friedenskonferenzen der Interparlamentarischen Union in Bern und Basel teil. Während des Ersten Weltkrieges wurde er zunächst als Militeratzt in Sulz im Elsass eingesetzt. Als er sich für den verurteilten Landtagskollegen Medard Brogulü einsetzte, wurde er jedoch ins nördliche Frankreich an die Front nördlich von Amins und Verdun versetzt nach dem Ersten Weltkrieg. Am 11. November 1918 erklärte sich der Landtag Elsass-Lothringens unter seiner Leitung zum Nationalrat und damit zur alleinigen Autorität des Reichslandes. Man rief einen Tag später ein souveränes Elsass-Lothringen aus und übernahm damit alle Aufgaben des Ministeriums und des Reichsstadthalters. Diese Eigenständigkeit wurde jedoch von der französischen Besatzungsmacht nicht anerkannt. Am 6. Dezember 1918 sprach sich der Landtag für den Anschluss an Frankreich aus. Die neuen französischen Machthaber luden ihn vor eine Commission de Triage. Von dieser wurde er aus Elsass-Lothringen ausgewiesen und in Kork und Bodersweiler bei Kehl interniert. 1.919.20 wurde er zeitweise inhaftiert und hierdurch um die Möglichkeit einer Kandidatur bei den französischen Nationalratswahlen gebracht. Nachdem er in das Elsass zurückkehren konnte, wurde er aus politischen Gründen am 17. Mai 1925 aus dem Elsassischen Ärzteverband ausgeschlossen. Ab 1. Januar 1926 war er Herausgeber der Autonomistischen Wochenzeitschrift Die Zukunft in Zabern und am 5. Juni 1926 Gründungsvorsitzender des Elsass-Lothringischen Heimatbunds. Beim blutigen Sonntag in Kolmar wurde er verletzt. Unter seiner Leitung nahm der Heimatbund die Zusammenarbeit mit der korsischen und bretonglischen Separatisten auf und entwickelte die Strategie der Einheitsfront. Am 16. März 1928 wurde er in Müllhausen im Vorfeld der Wahlen zur Abgeordnetenkammer verhaftet. Am 29. April aber noch während seiner Haftzeit im Wahlkreis Altgirch gewählt. Er wurde im Kolmarer Komplottprozess am 24. Mai 1928 zu einem Jahr Gefängnis und fünf Jahre Aufenthaltsverbot verurteilt. Aber am 14. Juli 1928 durch den französischen Staatspräsidenten amnestiert. Weiterhin wurde Riklin noch im Oktober 1928 auch in den Conseil-General du Hautrin gewählt. Sein Mandat in der Abgeordnetenkammer wurde dagegen am 8. November 1928 in einer umstrittenen Abstimmung der Kammer für ungültig erklärt. Obwohl Riklin die bürgerlichen Ehrenrechte im Kolmarer Urteil nicht aberkannt worden waren. Doch berief man sich am 8. November in Paris auf ein Gesetz von 1852, welches wegen Komplott verurteilte von parlamentarischen Ämtern Ausschloss. Die fällige Nachwahl für den Wahlkreis Altgirch wurde am 13. Januar durch den Riklin-Nachfolger Marcel Stürmer gewonnen. Bei der Wahl zum französischen Präsidenten am 13. Mai 1931 erhielt Riklin sechs Stimmen der elsässischen Abgeordneten. Er starb am 4. September 1935 um 20.20 Uhr nach einem langen Aufenthalt im Krankenhaus in seiner Heimatstadt.